Jo, ihr könnt mich hören, von hinten sehen. Ich glaube, letztes Mal bei dem Update habe ich euch das nicht so gezeigt. So sieht es hier bei mir in der Streaming-Butter aus. Natürlich nicht immer perfekt aufgeräumt. Man sieht hier so ein paar Sachen, das müsste mal wieder gemacht werden, aber ich glaube, das ist egal. Ich gehe mal in meine normale Frontkamera rein, habe die auch aktiviert. Man sieht sie jetzt auch im Hintergrund, ist auch nicht gerade super aufgeräumt, aber die geht schon. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich wollte mich einfach melden und mal wieder ein kleines Update und Feedback geben zu dem ersten Spieltag von New World. Was meine Meinungen sind. Ich war vorhin im Solarium und habe mir Gedanken gemacht. Ich hoffe, ich kann das alles wiedergeben, was ich sagen wollte, aber ich glaube, es wird gar nicht mehr so leicht. Also der erste Tag war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es hat mega Spaß gemacht. Sechs Stunden gestreamt, sechs Stunden gezockt und genau, jetzt fällt es mir halt wieder ein. Und habe euch, wenn ihr das jetzt hier seht, das ist jetzt nur im Endeffekt für Leute, die auf YouTube reinschauen, bei den Updates, die ich hier bringe zu meinem natürlich Content, habt ihr mitbekommen, dass ich wahrscheinlich jetzt immer so eine Stunde circa aufgenommen habe und es dann hochgeladen habe. Und nicht wundern, falls ihr euch hört, der Hund, der weint, Frauchen ist weg. Leg dich hin, Juki, leg dich hin. Leg dich da hin. Hier, komm zwischen meine Beine. Genau, so ist richtig. Juki, komm. Na, egal, so ist das. So ist das mit Hunden, ne? Das ist noch ein junger Hund, noch nicht mal ein Jahr alt. Und der muss sich auch mal dran gewöhnen, ohne Frauchen zu sein. So, also, ich habe auf jeden Fall... Leg dich hin, komm. Leg dich hin, leg dich hin. Komm, probier's. Na, hinlegen. Hinlegen. Ja, genau. Zwischen meine Beine. Genau so ist das richtig. Dann kannst du da chillen. So, also, ich wollte dir wohl Bescheid sagen, ich habe natürlich jetzt den ersten Spieltag in fünf Parts aufgeteilt. Hab sogar teilweise... Ey, nicht da reinbeißen in meine Kabel, sonst haben wir hier gleich ein Problem. Haben wir hier natürlich... Habe ich ein paar Sachen auch ausgelassen, nicht weiter aufgenommen. Denn, was natürlich hier dann der Punkt ist, warum ich jetzt ein bisschen auch eine Änderung sagen möchte. Also, ich hatte erstmal keine Warteschlange, was sehr gut ist. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Kladdert auf einen kleinen Server, geht dann in zwei Wochen circa auf den Server zu euren Kumpels. Das ist euer Wunsch, aber ihr könnt am Anfang eh ganz viel Solo spielen. Klar, PvP-Content ist natürlich so eine Sache. Wäre natürlich schön, wenn man wahrscheinlich dann zusammengamet mit Damage-Dealern und dann halt Faxen macht und die Leute ärgert oder einfach nur killt. Das ist definitiv auch eine Schlacht, die man machen kann. Dafür braucht man natürlich mehrere Leute. Alleine ist es schwierig. Aber, wie ich es ja gespielt habe, wie ihr es gesehen habt vielleicht oder noch sehen werdet, viel gefarmt. Das ist auch langweiliger Content. Weil im Endeffekt ist es nur Farm, Farm, Farm. Hochleveln, 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 Hochleveln. Die Materialien sammeln, um bessere Items zu bekommen. Um dann natürlich besser PvP machen zu können. Oder PvE. Je nachdem. Und da ich halt gemerkt habe, ich bin halt so ein Farmer-Typ, ich farme ganz viel, das ist halt langweilig, euch sowas immer zu präsentieren hier auf YouTube. Weil ich werde versuchen, das jetzt so irgendwie zu machen, dass ich sozusagen meine Aufnahme immer stoppe, wenn wir gerade nicht mehr in der Maincast sind oder irgendwas Besonderes gerade machen. Wenn wir einfach nur ein stupider Farm sind, weil ich gerade sage, okay, jetzt brauche ich erstmal eine halbe Stunde Holzhacken und eine halbe Stunde Steinefarm oder Eisenerz, dann braucht man nicht dabei sein. Das ist einfach so komplett Waste. Das zieht sich auch, glaube ich, keiner rein. Ja, im Endeffekt wisst ihr selber. Ich versuche einfach, die Hauptstory immer, Hauptstories und Nebenquests aufzunehmen. Deswegen wird es dann immer über, durch OBS mit Pause und dann gibt es einen direkten Clean Cut nach drüben sozusagen. Vielleicht werde ich auch dazu was sagen. Oder auch einfach, kommt einfach ein Cut rein. Weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache. Wahrscheinlich eher so. Ich habe jetzt kein Videoprogramm, wo ich im Nachhinein alles noch bearbeiten kann, weil im Endeffekt will ich die ganze Zeit jetzt am Wochenende ballern und zocken. Da ist es ganz schwierig und alles nochmal extra zu separieren. Schneiden ist auch nochmal, finde ich, ein sehr großer Zeitaufwand. Mir nebenbei noch am Arbeiten. Also alles nicht so leicht. Das wollte ich einfach mal als Feedback geben. Dann nochmal, weil es auch im Chat bei mir aufkam, mit Twitch und wahrscheinlich haben viele schon mitbekommen, es gab ja schon wohl viele Gerüchte, Grafikkarten rauchen ab. Also meine Empfehlung soll wohl sein, auch bei den größeren Grafikkarten, begrenzt auf 30 FPS, auf 60 FPS, Entschuldigung. Und ich glaube, meine persönliche Empfehlung, vielleicht ist es auch falsch, stellt die Grafik auf ein bisschen mittlerer. Mittlerer einstellen, dass die Grafikkarten nicht überlastet ist und kann auch keine Grafikkarten abbrauchen. Aber man weiß es nicht. Und dann wartet ab, bis nochmal Nvidia-Updates kommen, das Spiel vielleicht noch ein Update bringt und dann könnt ihr auch wieder auf die volle Leistung gehen. Man kennt die alten Spiele, man kennt Diablo-Geschichten, damals Diablo 3, auch Grafikkarten abgeraucht. Immer wieder solche Sachen, weil die Leute und die Firmen einfach rausbringen die ganzen Sachen. Und eigentlich ist es noch gar nicht das Spiel oder die ganzen Sachen wirklich fertig. Aber egal, kann man nichts machen. Jetzt steht mein kleines Hundi wieder auf, war kurz hingelegt, aber ja, das war es auch schon. Also, ich glaube, mehr wollte ich jetzt gar nicht so erzählen. Feedback macht Bock, ist geil, aber es ist riesig, was man also entdecken muss. Was ich jetzt auf jeden Fall auch für mich selber entdeckt habe, wahrscheinlich, das ist mein Tipp, würde ich mal sagen. Man kann eine Waffe skillen, die man viel Bock hat. Ich mache jetzt gerade so eine Waffe, also in der Mayhand, wahrscheinlich auf Schwert gehen, Beil, was auch immer. Und halt meinen Lebensstab, weil ich immer die Kombination finde, geil finde, nachher einfach zu switchen, mich dann selber heilen zu können. Ich finde sowas immer ganz geil. Dann kann man nämlich auch schneller fahren, ist man schneller unterwegs. Und der Punkt ist aber, ich habe gesehen, ich habe eine bessere Waffe bekommen. Ich nehme mir jetzt immer die bessere Waffe, die mehr Damage macht, einfach in die Hand und hustle mit der rum. Bis auf später werde ich mich dann wahrscheinlich auf irgendeine spezialisieren, auf was ich bald Bock habe. Das ist halt der große Vorteil in diesem Spiel. Mehr Infos gibt es gerade nicht, glaube ich, zu dem ganzen Thema, habe ich jetzt hoffentlich auch nichts vergessen. Ich freue mich jetzt darauf, gleich weiterzuzocken. Es ist jetzt 11.08 Uhr am 2.10. Ich werde es dann auch gleich noch ummucksen und euch dann hochladen, die anderen Sachen noch vorbereiten. Und ich denke mal so, um 12 Uhr werde ich starten. Und wenn nicht, wird es hier natürlich dann halt immer in Pausenfunktionen das geben. Vielleicht auch noch ein Wochenabend, habe ich überlegt, mit krassen Highlights, was ich nochmal in die PvP-Aktion mache. Ich hatte gestern meine erste PvP-Aktion. Seht ihr auch, glaube ich, in der Aufnahme. Ich habe einmal eingekillt, danach wurde ich geknallt, weil ich bin beim Bündnis. Da habe ich ja gejoint, weil auch meine Kumpels alle beim Bündnis sind. Ich finde, die sehen auch am coolsten aus. Viele machen ja Maradeure. Man sieht ja auch, jetzt im Endeffekt mal kurz mal ingame hier gehen. Da bin ich ja auch mal ganz kurz. Das ist ja ein Maradeur, der sieht schon cool aus. Ist ja so, aber I don't know. Also ich kann euch nochmal kurz zeigen, wer es nicht bekommen hat, wo ich aktuelle Stile. Mal gucken, ob ich direkt reinkomme. Mal gucken, wie der Charakter aussieht. Ja, guck mal, da ist er. Mein Schätzchen. Level 13 mittlerweile auf Kasparg. Wie gesagt, da zocke ich jetzt gerade und später geht es dann auf Gladsheim. Ich hoffe, da geht was ab. Wenn es natürlich zu lange dauert, wahrscheinlich werbe ich gleich auch auf Kasparg. Vielleicht kommen die ganzen Leute zu uns rüber, weil es ja kostenlos ist, diese Transferierung. Da habe ich auch gehört, 100% weiß ich nicht, ob es stimmt, dass es aber wohl nur die Kapazitäten, die erhöht werden sollen jetzt von den Servern, handelt es sich wohl nur um 52 Plätze. Das ist ja nichts. Das ist ja lächerlich, muss man einfach sagen. Da kriegst du die Warteschlangen nicht gekürzt. Also da muss auf jeden Fall was anderes hin. Da geht dann wirklich die Technik vielleicht schon beim WoW, Layer-System etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Layer und dann ist sowas so machbar. Also ich würde sagen, wir sehen uns im Stream, wenn ihr Bock habt, egal wann. Ich werde wahrscheinlich jeden Tag jetzt zocken, je nachdem. Das Wochenende wird lang, wird geballert, aber unter der Woche wahrscheinlich auch immer 3, 4, 5 Stunden, weil es macht einfach Spaß und Farmen ist sowieso mal geil. Und ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie euch es geht, aber ich habe jetzt mit den Schafen gegangen gestern, also aufgegangen bin ich kurz nach 0 Uhr hier mit meinem Stream. Dann war ich noch bis 5 vor 1 wach, ab ins Bett. Habe eigentlich den Wecker gestellt, weil ich Solarium gehen wollte und sowas zu 8.40 Uhr. Tja, was war gewesen? 6 Uhr einmal wach geworden, 6.30 Uhr, dann um 7.40 Uhr wach geworden, aufgestanden. Weil einfach dieses Feeling, ich bin richtig heiß geblieben, richtig heiß auf die ganze Sache. Jetzt kann man nicht mal die schöne Ingame-Musik hören, weil das Spiel jetzt gerade noch nicht aktiv ist, beziehungsweise meine Audio-Kontrolle nicht da ist. Egal, aber das Quatschen von mir reicht ja auch. Aber ich war so heiß, weil ich irgendwie denke, dass ich verpasst was. Und wer vielleicht vor 2 Jahren selber WoW Classic gespielt hat, auf den neuen Servern, also wo es neu rauskam, da habe ich 3 Wochen Urlaub genommen, kann man auch als YouTube-Video alles noch sehen, habe ich alles live sozusagen wieder übertragen. Da war eh permanente Action, ist ja nicht so ein Gefahr wie hier, ist ja auch so Gefahr, aber man hat immer wieder irgendwelche Möglichkeiten, was da zu machen. War geil. Ja, ich wollte immer Power geben, immer, immer machen, ich wollte immer der Ersten sein. Jetzt habe ich natürlich viel später angefangen, kann nicht mehr der Erste sein, aber ich habe trotzdem Lust, irgendwie den Anhang nicht zu verlieren, ja. Also ich will auf jeden Fall Gas geben, wahrscheinlich morgen vielleicht Abend, Ziel wäre natürlich schon so, Level 25 wäre schon geil. Aber mal schauen, wo ich hin geht, erstmal Level, 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 Farm, Farm, Farm. Ich bin ja so ein Typ, der immer alles über 50 vielleicht bringt jetzt als Beispiel und dann gehe ich erst ein Gebiet weiter, ja, irgendwie sowas. Also in dem Sinne, ich hoffe, ihr seid dabei bei diesem Plan. Ihr könnt ja gerne trotzdem in die Kommentare schreiben, falls jemand das mal tun sollte. Ob ihr doch nur einfach cleane Folgen haben wollt, wo ich ganz halt stupide farme, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es ist einfach super langweilig. Ich denke, da kommt ihr lieber in den Stream vorbei, weil da farme ich dann halt live. So gebe ich euch wieder die Main Story, Nebenquest, die ich dann mache. Vielleicht auch mal ein PvP-Gefecht, was ich dann aufnehme. Ansonsten den wöchentlichen Highlights, die ich immer dann mal kurz aufnehme, falls irgendwas Spannendes passiert ist oder ein cooler Drop war oder ich weiß es nicht. Also, macht's gut, haut rein. Viel Spaß mit den Videos, die kommen dann auch nach und nach hoch. Also, ciao, ciao, euer Albi. Vielen Dank.